Lean Leadership gilt als die Geheimwaffe erfolgreicher Führung. Aber Lean Leadership ist viel mehr als reine Führung von Mitarbeitern. Es ist der ganzheitliche Ansatz von Mitarbeiterentwicklung, Unternehmenskultur, KVP-Förderung, Problemlösung und vor allem Selbstreflexion. Da kann man schon mal im Ozean der Konzepte untergehen. Und damit genau das nicht passiert, gehen wir das Thema Lean Leadership Schritt für Schritt durch. Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Steigen wir als Überblick erstmal damit ein, was Lean Leadership überhaupt ist und warum es Sinn macht, sich mit Lean Leadership intensiver zu beschäftigen. Eine sehr eingängige Antwort auf die Frage nach dem Warum und dem Sinn von Lean Leadership habe ich in der Yoko Ten Heft 5 des Jahres 2021 auf der Seite 21 gefunden. Es ist das Bessermodell. Unternehmen wollen bessere Ergebnisse erzielen als im Vorjahr. Ich denke, das ist ziemlich einleuchtend. Aber wie bekommt man die besseren Ergebnisse? Mit besseren Abläufen und Prozessen, die schneller und günstiger sind, weil es weniger Ausschuss gibt, weil es weniger Fehler gibt, weniger Nacharbeiten, weniger Wartezeiten und so weiter. Also bessere Prozesse liefern bessere Ergebnisse. Ich glaube, das ist soweit klar und da können auch alle wahrscheinlich zustimmen. Aber wie kommt man denn zu besseren Prozessen? Dazu braucht man zwei Teile. Die Methoden, das Prozessmanagement, wo Sie hier auf dem Kanal schon ganz, ganz viele Videos dazu finden und den Lean Management Methodenkoffer. Aber wie heißt es so schön? A fool with a tool is still a fool. Was nutzt denn der beste Methodenkoffer, wenn ihn niemand anwenden kann oder will? Wer sollte denn erkennen, dass es Probleme in den Abläufen gibt? Insbesondere die Probleme, die beim täglichen Tun auftreten. Da klemmt man das Werkstück in der Maschine. Da werden Daten von E-Mails in die Warenwirtschaft händisch abgetippt. Da fehlt Material, was eigentlich da sein sollte. Da müht man sich beim Umrüsten. Da ist schon wieder der Akku vom Trennschleifer leer und so weiter. Die Liste lässt sich ja wirklich endlos fortsetzen. Wo steckt also das echte Verbesserungspotenzial in den Abläufen? In den Mitarbeitern. Wenn die nicht mitdenken und mit offenen Augen und Ohren ihre Abläufe hinterfragen, werden sie das größte Verbesserungspotenzial in ihren Prozessen niemals heben. Der Schatz bleibt also wortwörtlich oder bildlich am Grunde des Meeres liegen und sie kommen nicht ran. Damit wir aber bessere Prozesse bekommen, brauchen wir also die richtigen Methoden und engagierte Mitarbeiter, die diese Methoden kontinuierlich anwenden. Wie bekommen wir jetzt nur diese engagierten Mitarbeiter? Oder, um in der besseren Terminologie zu bleiben, die besseren Mitarbeiter. Muss ich die jetzt neu einstellen? Nein. Wir brauchen bessere Führungskräfte. Wir brauchen Führungskräfte, die für die tägliche Verbesserung brennen, die ihre Mitarbeiter entwickeln können, die Interesse am Tagesgeschäft haben, die für echten Kompetenzaufbau sorgen, die Lean mit jeder Faser ihres Körpers leben und als Vorbild wirklich vorleben. Und das ist auch der Grund, warum wir Lean Leadership wirklich brauchen. Was ist also dieses Lean Leadership? Lean Leadership ist die Fähigkeit einer Führungskraft, jeden einzelnen Mitarbeiter zum eigenständigen Denken und zum persönlichen Engagement zu befähigen, damit die Mitarbeiter die Probleme auf dem Weg zum gemeinsamen Ziel aus dem Weg räumen können. Vielleicht kennen Sie ja die folgenden Giftfloskeln. Ich mache es selber, es geht schneller. Bitte erledigen Sie das, im Sinne als eine Anweisung von oben. Es lohnt sich nicht, jemandem etwas beizubringen, wenn er sowieso bald wieder weg ist. Solche Floskeln und noch viele weitere haben Sie bestimmt schon mal in Ihrem Berufsleben auch gehört. Lean Leadership geht es hier an einen ganz anderen Weg. Der ist zwar mühevoller, aber deutlich leistungsstärker als der herkömmliche Führungsansatz. Lean Leadership besteht aus verschiedenen Bausteinen, bei denen es um die Entwicklung von Menschen, die Problemlösungskompetenz, Motivationsförderung, Kommunikation und Zielausrichtung geht. Also ein großer Blumenstrauß aus den Themen wirklich Prozessoptimierung, Strategie, Kommunikation, Teamzusammenhalt und Teamentwicklung. Und das Zusammenwirken dieser Bausteine macht eben Lean Leadership wirklich aus. Und dieses Video ist jetzt der Einstieg einer ganzen Serie über das Thema Lean Leadership auf meinem Kanal. Deswegen abonnieren Sie jetzt den Kanal, damit Sie diese Videos nicht verpassen. Es kommen also noch weiter, laufen welche dazu, selbst wenn mal ein anderes Video zum anderen Thema mal dazwischen kommen sollte. Wir sehen uns damit im nächsten Video zum ersten Baustein des Lean Leadership. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.